Außerdem ist meine Schüttelhand die rechte Hand und ich hab die ganze Zeit mit links. Warte mal, was für eine Schüttelhand? Nein! Die Schüttelhand? Schüttel? Was schüttelst du denn? Nein, ich halte mich von einem Gedanken. Was schüttelst du denn? Ich melke nix. Nicht? Ich halte Angst an von allen Aussagen, die gerade kommen.